stell dir einmal vor es gäbe eine münze die wäre hunderte von euro wert um genau zu sein 1000 aber es ist nicht gold oder platin sondern bitcoins ja sind bitcoins das neue gold kann man vom trend überhaupt noch profitieren und wenn ja wie genau lohnt sich eventuell sogar noch das bitcoin mining oder gibt es viel bessere crypto währung als bitcoins in diesem video möchte ich genau auf diese fragen eingehen und ob es sich lohnt überhaupt in bitcoins zu investieren und falls ja welche möglichkeiten es dazu gibt investiere ich selbst in bitcoins und falls ja wie und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen video von talerbox mein name ist bastian ja sie wollen die ersten seien auf der suche nach rendite und weniger regulierung haben profi broker bitcoins für sich entdeckt doch die spannende frage bleibt wir investieren denn die profis in bitcoin um was können wir daraus lernen auffällig ist dass in den letzten jahren immer mehr geld in die bitcoins und dessen blockchain technologie fließen immer mehr firmen und start ups wollen von den bitcoins profitieren und hoffen auf das große los ja hier sieht man mal blockchain venture capital welche firmen wie viel in welche start ups investieren und es ist sehr interessant zu sehen dass hier immer mehr geld rein fließt und wenn man mal genau guckt am ende wie viel insgesamt schon geflossen sind sieht man das schon fast 1,5 milliarden dollar in die bitcoins beziehungsweise dessen technologie investiert wurden und mit den jahren ist natürlich immer mehr geworden und es bleibt natürlich spannend wie sich das ganze weiterentwickelt also welche möglichkeiten gibt es für uns kleinanleger in bitcoins zu investieren ja das angebot in bitcoins zu investieren ist quasi explodiert und wird immer größer und steigt stetig an aber insgesamt fällt es auch sehr schwer den überblick zu halten und deswegen wollen wir uns mal verschiedene methoden anschauen wie man investieren kann und die besten methoden herausfiltern ja die erste und wohl offensichtlichste möglichkeit ist es bitcoins zu kaufen und diese zu halten dazu braucht man nicht viel aus eine sogenannte wallet beziehungsweise den geldbeutel um die bitcoins zu empfangen senden und zu speichern dazu gibt es dienste wie coinbase oder blockchain.info aber am besten speichert man diese bitcoins in sogenannten cold wallets oder offline wallets aber es gilt darauf zu achten wirklich echte bitcoins zu kaufen und nicht irgendwelche künstlichen cfd kontrakte wie sie bei manchen plattformen angeboten werden besser ist es zu offiziellen plattformen wie bitcoin.de zu gehen insgesamt ist das ganze recht einfach wenig aufwand bietet ein hohes potenzial aber auf der anderen seite natürlich auch ein sehr hohes risiko des totalverlusts die nächste möglichkeit die zweite variante wäre in bitcoin aktien zu investieren also aktien von unternehmen die sich rund um das thema bitcoin beschäftigen eine möglichkeit wäre zum beispiel die bitcoin kruba g ein bitcoin marktplatz aus deutschland zum kaufen oder verkaufen von bitcoins hier muss einem aber bewusst sein dass man nicht direkt in bitcoins investiert vergleichbar ist das ganze mit goldminen hier investiert man nur in das unternehmen welches das gold abbaut aber nicht in gold selbst dadurch muss der wert des unternehmens nicht gleich mit dem goldpreis fallen und steigen zudem ist es manchmal der fall dass die goldminen nur zum gewissen teil gold abbauen sondern auch edelmetalle oder andere edelsteine abgebaut werden können zurück auf die bitcoins eventuell entwickelt sich der kurs der aktie ganz anders als die des bitcoins weil vielleicht auch eine andere crypto währung dort gehandelt wird ja die dritte möglichkeit ist mehr oder weniger mein steckenpferd die etfs gibt es bitcoin etfs ja hier gibt es zwei alte bekannte die winkelboss zwillinge werden dem ein oder anderen was sagen das sind die zwillings brüder welche laut eigenen aussagen die idee von facebook von mark zuckerberg geklaut wurde die beiden versuchen seit knapp vier jahren den bitcoin etf coin aufzusetzen und jetzt im märz 2017 soll endlich die entscheidung fallen ob eine zulassung oder ablehnung der fall ist und eine zulassung oder ablehnung könnte natürlich wegweisend sein weil ein bitcoin das perfekte instrument sein kann um es etablierten und institutionellen anleger zu ermöglichen in bitcoins zu investieren dies würde natürlich viel geld in den bitcoin markt spülen und im markt ordentlich einheizen hier lohnt sich da auch auf jeden fall mal ein auge drauf zu werfen aktuelle produkte wie zum beispiel der xpd provider ein künstliches konstrukt wo man nicht genau weiß wie diese mit echten bitcoins hinterlegt sind also solche zertifikate würde ich persönlich eher meiden das ist das gleiche spiel wie mit den cfd contract ja eine sehr beliebte methode sind die p2p kredite also kredite von privat für privat und inzwischen gibt es zahlreiche plattformen in verschiedenen ländern wo ich zum teil aktiv investieren jetzt gibt es aber eine plattform auf bitcoins das natürlich ein sehr interessantes umfeld und eine plattform die das anbietet sind bitbond aber das ganze hat natürlich auch vor und nachteile die wir jetzt erstmal beleuchten müssen er sehr schön ist natürlich als vorteil das cross border landing also man kann hier weltweit investieren in verschiedenen ländern auch leute ohne konto zum beispiel in afrika können hier bitcoins aufnehmen ein vorteil sind natürlich auch dass hier noch mal geringere kosten sind für keine wechselkurse und so weiter was auch der nächste punkt ist man hat nicht mehr das risiko wenn man zum beispiel in dollar investiert dass er sich gegenüber dem euro im wechselkurs verändert der insgesamt versucht man das ganze auch genau unter die lupe zu nehmen also die kreditnehmer im speziellen und versucht da auch in social media accounts reinzukommen wie facebook twitter linkedin paypal oder ebay accounts um wirklich mehr daten von dem kreditnehmer zu bekommen und das ganze noch sicherer zu gestalten natürlich gibt es auch hier sehr attraktive renditen von bis zu 18,5 prozent habe ich gelesen aber auch einer sehr hohen ausfallrate von sieben prozent was uns natürlich auch zu den negativen effekten bringt zum beispiel die sehr hohen schwankungen in der währung das natürlich ein problem für die rückzahlung aber auch wenn man natürlich investiert hat die aktuell gibt es dort noch sehr wenige projekte im vergleich zu anderen plattformen wie mintus und twino wie sie alle heißen sprich man kann hier nicht so viel geld investieren beziehungsweise diversifizieren ja der inkasso prozess ist auch noch nicht so ausgereift es gibt das war e mail und sms und so weiter und so fort aber der debt collecting prozess bzw inkasso prozess ist noch nicht so ausgereift und wenn es zum ausfall kommt ist es sehr wahrscheinlich dass man sein geld nicht zurück bekommt und insgesamt befindet sich natürlich p2p noch in einer anfangsphase und die bitcoins umso mehr und hier muss noch einiges gemacht werden aktuell ist es natürlich ein hochrisiko investment und die technologie muss sich erst noch mal weiterentwickeln auch wieder der prozess hier wird es mit den nächsten jahren wahrscheinlich aber noch einige fortschritte geben generell mal mehr zu den p2p krediten wissen will verlinke ich hier oben ein video wie ich in eine andere plattform investiere kommen wir zum bitcoin mining von dem viel gesprochen wird ist hier denn noch potenzial ja gerade die schöpfung der bitcoins stachel die neugierde viele menschen an und ich habe das gefühl hier herrscht ein bisschen sowas wie eine gold gräber stimmung fast schon ein goldrausch doch bevor wir uns das ganze mal genauer anschauen eine sehr wichtige analogie die euch im kopf behalten solltet der goldrausch war für die meisten die sich auf die suche machten nicht profitabel und die größten goldsäcke ging an die welche pickel und schaufel zur verfügung stellten also lohnt es sich jetzt noch selbst auf die suche nach bitcoins zu gehen ja das bitcoin mining ist eine tolle sache doch das ganze ist sehr anspruchsvoll geworden zum bitcoin mining benötigt man maschinen die erstens mal relativ teuer sind und unmengen an strom fessen um wirklich komplexe matte operationen zu lösen im tausch für die bitcoins und erst diese bitcoin miner ermöglichen wirklich diese bitcoin transaktion mit ihrer rechenpower und mit der zeit werden die rechenoperationen immer schwieriger und man braucht eine immer größere rechenleistung oder hashrate wie es im fachjargon heißt ja und ganz salopp gesagt einfache leute mit ihren heimcomputern können diese komplexen aufgaben alleine nicht mehr lösen es ist also wahrscheinlich profitabler wenn du das equipment an andere verkaufst und dich in bitcoin bezahlen lässt sprich schaufeln zum goldgraben liefern wenn du trotzdem dich etwas genauer mit dem bitcoin mining beschäftigen willst dann sind wohl bitcoin mining pools interessanter für dich ja beim bitcoin mining pool nutzen die miner ihre ressourcen zusammen um damit die rechenleistung zu erhöhen um die blöcke für bitcoins zu lösen dann wird natürlich am ende aufgeteilt wer wie viel rechenleistung reingebracht hat und bekommt dann anteilig seine bitcoins mit dieser methode können natürlich auch noch kleinere miner von den bitcoins profitieren viel einfacher als dieses pool mining ist aber so genanntes cloud mining was ist cloud mining jetzt genau also du kannst dann rechenkapazitäten in einem netzwerk mieten und diese nutzen um die digitale währung zu schürfen ohne dabei die hardware zu hause stehen haben zu müssen doch ganz so einfach wie sich das anhört ist das ganze nicht denn es lauern einige stolper scheine ja wann lohnt sich dieses mining denn überhaupt ja das lässt sich relativ einfach sagen es lohnt sich natürlich wenn die geschürfte menge an bitcoins mal den preis höher ist abzüglich der kosten für den mining vertrag und eventuell laufen kosten für strom die formel sieht recht einfach aus doch dahinter verbergen sich viele unsicherheiten zum einen ist es natürlich der bitcoin kurs große schwankungen die laufzeit je länger die laufzeit ist desto höher das risiko der nächste punkt mining schwierigkeit es wird immer schwieriger weil die rechenoperation komplexer werden aber der hardware bleibt damit wird der ertrag sinken aber auch der block reward also wie viele bitcoins pro block kommt man das reduziert sich auch mit der zeit immer weiter ein sogenanntes halving das ging jetzt erst letztes jahr 2016 von ungefähr 25 auf 12 und wird dann 2020 ungefähr auf 6 bitcoins zurückgehen aber auch versteckte kosten strom oder sonstige vertragsgebühren also in der praxis ist das gar nicht so einfach weil man viele annahmen treffen muss dazu schauen wir uns mal kurz ein rechner an mit dem man das ganze ausrechnen kann aber man muss hier sehr konservativ vorgehen ja hier haben wir den rechner hier sieht man die schwierigkeit wie viel bitcoins pro block gibt die conversion rate die aktuelle von us dollar zu bitcoin dann die hash rate und so weiter und so fort wir suchen uns jetzt mal ein anbieter raus wir nehmen hier genesis mining gucken uns das pricing an und sagen zum beispiel okay für 30 dollar bekommt wir 200 giga hash rate per second und muss man auch aufpassen dass die erwartungsgebühren reinfallen also wir haben hier cost of mining hardware hier müssen wir unsere 30 eingeben dann haben wir unsere hash rate von 200 dann strom müssen wir keinen zahlen weil der über die firma läuft bzw cloud mining wie lange läuft das das wissen wir nicht ganz genau ist zwar ein open end vertrag aber wenn er nicht mehr profitabel ist wird er natürlich gestoppt sagen erst mal zwölf monate und muss natürlich die profitability wie die die slide also ob die absinkt pro jahr und das können wir dann machen calculate und bekommen hier nach zwölf monaten bekommen wir ungefähr ein profit von 4 22 damit haben wir jetzt noch nicht die wahlungskosten reingerechnet machen wir die natürlich auf 35 insgesamt dann sind wir schon im minus klar das ganze kann natürlich auch länger laufen oder man nimmt man einen vertrag zum beispiel den nächsten höheren 350 2500 also 2500 und dann machen wir hier das waren 350 und rechnen das ganze mal aus und dann break even sind wir nach 285 tagen mit 77 dollar im gewinn und jetzt kann man natürlich sagen okay das ganze läuft vielleicht 24 monate dann machen wir 300 gewinn aber es kann natürlich auch sein ja dass die kosten für die wartung bei 400 legen und dann geht das ganze natürlich wieder nach unten oder es geht auch nur sechs monate und dann bricht das ganze an weil die difficulty so schwierig ist dann haben wir natürlich einen großen verlust gemacht also das ganze ist nicht so einfach wie es auf den ersten blick wirkt ja nächster knackpunkt ist natürlich die auswahl des cloud mining dienst wo kann ich dieses cloud mining machen um nicht opfer eines betrug zu werden dabei muss man auf einige wichtige punkte achten wichtig ist natürlich dass der anbieter die geräte wirklich nachweisen kann klar bilder können auch gefakt werden aber hier irgendwie adressen prüfen wer ist der ceo impressum erfahrungsberichte und mal ein bisschen recherche betreiben und das kann man relativ schnell mit google machen ein weiterer indikator wo man schon ein bisschen bauchschmerzen bekommen sollte sind exorbitante renditen hunderte renditen pro jahr also man wird hier auch nicht mit wenigen klicks zum multimillionär und dann natürlich die gefahr von pyramiden systemen schneeball systemen ja hier werden die auszahlung eigentlich nur durch neue kunden finanziert also muss man aufpassen solche strukturen erkennt man relativ schnell dann kunden werben neue kunden bauen sich teams auf ich denke die meisten von euch haben irgendwelchen spam schon mal gesehen sei es auf instagram hey komm in mein team bla 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 hier sollte man auf jeden fall sehr sehr vorsichtig mit sein insgesamt ist es kein einfacher weg um schnelles geld zu machen wie es oft suggeriert wird mit zwei klicks bist du reich ist nicht der fall weil jetzt wahrscheinlich wieder hunderte von fragen kommen welche plattform ist jetzt die richtige ich habe eben ja mal die eine plattform angeteasert dieses genesis mining der ceo stammt wohl aus deutschland die farm sind in iceland was mit natürlich wieder ein bisschen komisch stimmen lässt ist dass das ganze irgendwie in hongkong angemeldet ist aber auf der anderen seite das ard hat auch schon mal einen beitrag über die gemacht muss jeder für sich selbst entscheiden wie gesagt das genesis mining wirkt auf mich jetzt erstmal seriös vorab ich habe da kein geld investiert und keine empfehlung ja noch ein anderer punkt welche kriptowährungen gibt es noch und sind die eventuell ganz interessant ja ob litecoin ethereum ripple oder sogar titcoin ja währung für pornos es kommen fast täglich neue ideen hinzu inzwischen gibt es 645 kriptowährungen mit einer gesamtmarktkapitalisierung von circa 18 milliarden us-dollarn doch was taugen die konkurrenten von bitcoin sind die profitabler bitcoin hat natürlich den first mover vorteil und die anderen sind eigentlich nur die late mover das ist quasi eine strategie aus den wirtschaftswissenschaften ist man erstmal als erster in den köpfen dann wird es schwierig für die nächsten die leute umzustimmen es ist ein bisschen wie die theorie des ewigen zweiten wie cola versus pepsi oder mcdonald's gegen burger king oder tempo versus taschentücher ziel muss es hier eigentlich sein der plattform wirklich die menschen nicht umzustimmen sondern das ganze in eine andere nische reinzuschieben um wirklich erfolg zu haben doch das ist natürlich sehr sehr schwierig man sieht ja auch dass bitcoin wirklich 85 prozent marktanteil hat und als zweites ethereum 5,2 prozent aber es ist natürlich sehr schwierig als zweiter daraus zu kommen man muss zwar versuchen irgendwie besser schneller günstiger und sicherer zu sein aber das wichtigste von allem ist im endeffekt natürlich die akzeptanz der leute und die ist bei bitcoin natürlich am höchsten aktuell ja die interessante frage investiere ich aktuell in bitcoins und falls ja wie würde ich es tun zuerst einmal bitcoins sind für mich kein investment sondern gleichen eher dem spekulieren warum also bei einer aktie ist es so bei dem investment geht es um die teilnahme an einer wertschöpfung wie es zum beispiel ein bau von maschinen ist bei bitcoins handelt das eher wie mit dem gold es wird kein wert generiert und die menge ist begrenzt also wir können nur darauf spekulieren dass jemand in der zukunft bereit dafür ist mehr für das zu zahlen als wir gezahlt haben darum sagen viele bitcoin ist kein richtiges investment für mich ist das ganze ein bisschen vergleichbar mit dem crowdfunding es gibt zwar ein sehr hohes potenzial aber dem gegenüber steht natürlich immer der totalverlust man sollte hier sein geld also als wagniskapital oder spielgeld sehen also bitcoin aktien oder etfs kommen aktuell noch nicht in frage weil man hier nur indirekt von den bitcoins profitieren kann und damit nicht das volle potenzial ausschöpfen kann zudem hat man natürlich auch noch das risiko neben des bitcoins dass auch das unternehmen in die schieflage geraten kann andere kryptowährungen kommen auch nicht in frage wegen dem punkt des ewigen zweitens klar kann man natürlich auch da mal ein lucky shot machen aber das risiko ist nochmal eine stufe höher wenn man natürlich in diesem bitcoin netzwerk ein bisschen mitspielen will und günstig meinen möchte zu niedrigen kosten und das nicht selbst machen will dann ist natürlich das cloud mining interessant aber man darf das ganze auch nicht durch die rote rose brille sehen man kann hier nicht schnell reich werden mit wenn man nach einem investment sucht was lukrativer ist und relativ einfach dann ist es wahrscheinlich einfach bitcoins zu kaufen und verkaufen beziehungsweise zu halten oder man schnuppert mal in dieses p2p bitcoin lending rein wobei das auch mit einem sehr hohen risiko verbunden ist ich persönlich habe noch nicht in bitcoins investiert falls ich es tun werde beziehungsweise plane dann kaufe ich erstmal bitcoins in reiner form weil man sich dann nicht so tief in die materie rein fuchsen muss und trotzdem von dem potenzial profitieren kann ja zum schluss noch ein paar praktische tipps falls ihr euch wirklich damit genauer beschäftigen wollt money management ja ich würde nie mehr als fünf prozent meines vermögens in bitcoin investieren um das risiko der downside nicht zu hoch zu haben dann ich würde auch nur spielgeld nehmen um mein gefühl dafür zu bekommen und würde natürlich auch einen längeren zeithorizont mitbringen und nicht nur ein zwei wochen ja eine sichere plattform ist natürlich auch sehr sehr wichtig damit man hier in keine falle gerät also impressum prüfen erfahrungsberichte checken ist es hier in multilevel marketing eventuell nur in deutsche plattform und so weiter und so fort ja generell würde ich nicht bei positiven oder negativen schlagzeilen kaufen am besten wenn es so ganz still und leise ist also wieder antizyklisch so wie Warren Buffett das macht und man sollte auf die halbierung der bitcoins achten das bitcoin halving da verlinke ich auch noch eine seite unten in der beschreibung außerdem würde ich die bitcoins die ich nicht benötige also halte würde ich in einer offline wallet speichern um das risiko eines diebstahls wirklich weiter zu minimieren da gibt es auch zahlreiche anbieter wie tresor man kann sich die sogar ausdrucken lassen und wirklich in einen tresor bei der bank legen ja falls du in bitcoins investieren willst und eine seriöse und sichere plattform in deutschland suchst dann verlinke ich dir mal die bitcoin.de und wenn du neu auf dem kanal bist und mehr zum thema geld und börse lernen willst auf eine einfache lustige art ohne blinde zockerei dann vergiss nicht meinen kanal zu abonnieren und wenn du fragen oder probleme hast komm gerne bei uns in der facebook community vorbei denn dort wird dir immer geholfen bleibt mir zum schluss noch zu sagen invest smart statt hart bis nächste woche sonntag